Es ist mal wieder Zeit für fränkische Bierkultur und heute schauen wir nach Schammelsbach. Da ist eine Brauerei zu Hause, die war noch nie hier auf dem Kanal. Berechtigt und unberechtigt, wir finden das gemeinsam raus in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr da angeblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und mit mir mal wieder einen kleinen Ausflug in die fränkische Bierkultur macht. Denn da habe ich heute eine Brauerei, die war noch nie hier auf dem Kanal, aber es gibt viele, die sagen, da kommen richtig gute Biere her. Und das wollen wir natürlich dann rausfinden und das machen wir heute mit dem Räuschler, dem Merzen aus der Brauerei Knoblach aus Schammelsdorf. Und ja, da ist eine Brauerei am Werk, die ist seit 1880 als Brauerei erwähnt worden. Macht nur ausschließlich klassische fränkische Bierspezialitäten, ist ein Familienbetrieb, eine Gasthausbrauerei mit großer Trinkgefäßsammlung. Das wird sogar in irgendeiner Webseite erwähnt, dass da, ich weiß nicht, wie viele Bierkrüge, die natürlich die Gäste dort einschließen können, gelagert sind. Es werden nur lokale Zutaten verwendet. Und jetzt stellt sich die Frage, warum heißt dieses Bier Räuschler? Es ist ein Merzenbier, aber es ist konzipiert so als klassisches Feierabendbier. Also man soll nicht den ganz großen Rausch kriegen, sondern wie der Franke halt hinten immer das La anhängt, wenn es was Kleines ist. Es ist nur ein kleines Räuschlein, was man kriegen soll. Deswegen das Räuschler. Hopfen, Wasser, Malz und Hefe. Entschuldigung, jetzt war ich gerade ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Aber natürlich, wir sind in Bayern, wir haben das Bayerische Reinheitsgebot. Und das gilt auch für dieses Bier. So, kurzer Blick auf die Brauerei. Die ist nämlich hier auf dem Kronkorken obendrauf. Und wenn ich noch nicht gesagt habe, dass dieses Bier 5,4 Volumenprozent hat, dann mache ich das noch schnell. Mehr gibt es dann auch nicht an Informationen. Und die restlichen Informationen zu diesem Bier, die kommen jetzt, nämlich nach dem Einschenken. Merzenbier, klassischer bayerischer Brauart. Und da wird der Österreicher sich ein klein wenig wundern, denn das ist ein bisschen dunkler als das, was er so kennt. Eine schöne, ungetrübte, hellere Bernsteinfarbe. So ein bisschen Orange, Kupfern, das Ganze. Sehr, sehr schön. Österreicher, das Merzenbier, so eher vergleichbar mit dem bayerischen Hellen. Schöner, weißer, sehr stabiler Schaum hier oben drauf. Der macht schon einen richtig tollen Eindruck. Haftet auch schön am Glas. Jetzt schauen wir mal, was die Nase sagt. Oh, das ist aber viel Malz. Deutliche Karamellnoten. Noch viel deutlicher ein bisschen Biskuitmalz. Also, das dürfte schon ein bisschen malzlastig zugehen. Aber, warum auch nicht? Ich setze wohl, cheers! Hoppola! Oi! Oh! Ja, wenn man sich so in der Nase einschießt und man hat dann so, ja, hier ist so ein bisschen Biskuitmalz, Karamell, überhaupt schönes, malziges Bouquet und dann, hallo! Da ist eine überraschende, bittere, die geht gleich kräftig an den Start. Es ist auch malzig, karamellig, aber die bittere, die hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht und auf dem falschen Fuß erwischt. Es ist dann am Ende des Tages, es balanciert sich so nach dem zweiten oder dritten Schluck, aber das hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Eine schöne Honig-Süße mit am Start, auch die trägt natürlich zur Balance bei. So ein grasig-kräutriger Hopfen kristallisiert sich jetzt da nach meiner ersten Überraschung raus. Leichte Herbe auch mit dabei. Also das ist durchaus ein sehr, sehr komplexer Vertreter der Gattung Merzen. Ein bisschen Toffee, ein bisschen Brotkruste, aber insgesamt, das Bier bleibt einfach super süffig und, ja, richtig erfrischend einfach. Also auch da, Chapeau, viel richtig gemacht. Schöner mittlerer Körper und Krolsäure ist so ein bisschen auf der milderen Seite zu Hause. Textur glatt, schön ein bisschen cremig dabei. Also das ist doch ein, ja, also wenn das nur ein einfaches Feierabendbier ist, dann möchte ich die Komplexen gar nicht erleben, weil das finde ich schon mal einen sehr, sehr guten Start oder ich möchte die Komplexen dann natürlich auch erleben. Aber Brauerei Knoblauch, ich glaube, wir müssen noch mal miteinander irgendwie reden. Da muss ich das eine oder andere Bier noch mal tatsächlich mir versuchen zu besorgen. Das ist schon ein sehr schöner Start. Der Nachdruck, das ist so ein bisschen Bittere gegen Malz, also Hopfenbittere gegen Malz. Und wir hatten vorhin so die Orangenen Reflexe im Glas. Ich finde, es ist jetzt auch geschmacklich, kommt so ein bisschen Bitterorange. Hinten rein, mag mich da völlig täuschen, aber vielleicht liegt es auch an meinem T-Shirt. Nee, aber es hat so ein bisschen was Bitterorangeiges. Und das ist mega erfrischend. Kräuteriger Hopfen und dieses Brotkrustenaroma auch mit dabei. Also, hoppala, was den Daumen gefallen hat. Ja, es ist ein richtig schönes Märzen, das Räuschler von der Brauerei Knoblauch aus Schammelsdorf. Und ihr seht mich restlos begeistert. Und das heißt in diesem Fall vier von fünf möglichen Punkten für das Räuschler von der Brauerei Knoblauch. Dann soll das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Jetzt muss ich mal schauen, was da gerade umgefallen ist. Ich glaube, es war eine Dose in meinem Dosenkistchen, die ich aber aufhebe. Weil es gibt ja Leute, die wollen nie Labels haben. Es gibt Leute, die wollen meine leeren Dosen haben. Und da ist gerade offensichtlich irgendwas umgefahren. Ja, vier Punkte haben wir gegeben. Und ich glaube, es ist sehr wohlverdient. Und die Brauerei Knoblauch, die war sicher nicht zum letzten Mal hier auf dem Kanal. Ich bin gerade Fan geworden. Und wenn ihr das auch seid, dann lasst doch gerne ein Abo von dem Kanal da. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei seid bei der nächsten Bierverkostung. Bis dahin sage ich Tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.